Hi, ich bin Mike und heute geht es um das Thema Martingale Strategie. Ich werde sehr oft gefragt, Mensch Mike, hast du nicht irgendeinen Handelsroboter, den du empfehlen kannst, wo du sagst, Mensch, der ist gut, den kann man kaufen, den kann man einsetzen und ja, ich tue mich da immer sehr, sehr schwer, deine Empfehlung tatsächlich zu geben. Heute habe ich mal einen mitgebracht, wo ich sagen kann, okay, den habe ich jetzt mehrere Wochen im Test gehabt, davon die letzten sechs Wochen im Echtgeldtest und der hat sich wirklich bewährt, obwohl er eine Martingale Strategie benutzt. Ja, ich bin kein Fan von Martingale Strategien, weil ich bei ganz vielen Signalen sehe, was für tolle Renditen die erzielen, aber irgendwann ist eben Schluss, irgendwann ist Feierabend und dann sind die Signale hin und das Geld der Anleger ist dann eben auch futsch und deswegen bin ich da sehr, sehr vorsichtig und sehr, sehr selektiv. Aber ich habe jetzt einen mitgebracht, wo ich sage, okay, das könnte gut hinhauen und von dir möchte ich jetzt gerne mal wissen, pack mir mal in die Kommentare, ob du Martingale Strategie schon gehandelt hast, ob du sie selber handelst und wie du sie findest. Das kann sich heute richtig auszahlen in zweierlei Hinsicht. Jetzt fangen wir aber erst mal an und zwar der Roboter, um den es hier heute geht, verrate ich dir später, wie er heißt. Vielleicht kennst du ihn sogar schon, ist eigentlich ziemlich bekannt und zwar ist er seit mehr als vier Jahren aktiv, wird auch in dem Echtgeldkonto gehandelt seit über vier Jahren und ist bisher jeden Monat im Plus gewesen. Das ist schon mal wirklich ein sehr, sehr tolles Ergebnis und seit diesen vier Jahren hat er das Startkapital mehr als fast verzwanzigfach, muss ich sagen. Also so weit ist es noch nicht, aber irgendwie um die 19, irgendwas ist es schon. Und das ist schon wirklich ein fantastisches Ergebnis und das Besondere eben, dass der Drawdown halt besonders niedrig ist. Wie gesagt, gerade bei Martingale geht das wunderbar mehrere Wochen lang, aber dann irgendwann kommt ein wichtiges Wirtschaftsereignis und dann kommen die eben an ihre Grenzen. Dass es eben anders geht, zeigt heute dieser Roboter. Und ja, wie gesagt, wie ich sagte, er handelt eine Martingale-Strategie. Der einzige Nachteil ist, er kostet 1650 Dollar plus Steuer aktuell. Das sollte uns jetzt aber erst mal nicht besorgen, denn es gibt eine Alternative. Ja, ich habe eine Alternative gefunden und mit dem heutigen Gewinnspiel, da so viel kann ich jetzt schon mal sagen, kannst du diesen dann eben noch mal etwas günstiger bekommen. Also wie gesagt, bis zum Ende auf jeden Fall dranbleiben. So, das war das zum Thema Roboter und jetzt kommen wir zum Thema Strategie. Wenn du das Thema Martingale-Strategie schon kennst und sagst, Mensch, ja, kenne ich alles schon, dann kannst du dieses Kapitel gerne skippen. Für alle anderen erkläre ich jetzt noch mal ganz kurz die Idee dahinter. Und zwar kommt es eben aus dem Casino-Bereich, hauptsächlich beim Roulette wird es sehr oft angesetzt. Wenn man eben auf Rot und Schwarz oder auf Gerade, Ungerade setzt, hat man ja fast eine 50% Chance. Es ist etwas niedriger. Und dementsprechend erhofft man sich, wenn man jedes Mal, wenn man im Verlust ist, verdoppelt, dass man beim nächsten Trade im Gewinn ist. Und man eben so lange verdoppelt, bis man quasi den Gewinn eben entsprechend wieder rausgeholt hat. Wenn man den gewonnen oder wenn man gewonnen hat, fängt man wieder mit der Startgröße an. Das Ganze zeige ich dir jetzt nochmal, ja, grafisch einmal. Das heißt, wir beginnen mit einer Münze, wir gewinnen, packen dann die eine gewonnene Münze zu unserem Startkapital und fangen wieder von vorne an mit einer Münze. Wenn wir aber verlieren, müssen wir beim nächsten Mal zwei Münzen setzen. Und wenn wir dann gewinnen, gewinnen wir eben schon drei Münzen, nehmen die drei Münzen raus und packen die wieder in unseren Vorrat. Wenn wir auch hier verlieren, dann müssen wir eben vier Münzen setzen und beim dritten Spiel, sage ich jetzt mal, könnten wir dann sieben gewinnen und packen diese sieben gewonnenen beiseite und fangen mit diesem einen dann entsprechend wieder an. Sollte das nicht der Fall sein, dann müssen wir dann beim nächsten Mal eben acht setzen und so weiter und so fort. Das ist im Groben die Martingale Strategie und zeigt vielleicht schon so ein bisschen auf, wo die Gefahren liegen. Wir haben jetzt aber an der Forex einige Vorteile, ja, gegenüber dem Casino und die möchte ich jetzt eben mal ganz schnell aufzeigen. Und zwar der erste Vorteil ist auf jeden Fall, dass wir eine größere Chance als 50 Prozent haben. Ja, also das heißt, wir können ja gute Einstiege wählen, wo wir eben wissen, wir haben im Durchschnitt mehr als 50 Prozent Chance. Und das hat eigentlich fast jeder Privatanleger schafft es, mehr als 50 Prozent Chance zu haben. Der Grund, warum die meisten Privatanleger einfach verlieren, ist, dass die wenigen Verluste, die oder die wenigeren Verluste meistens die Gewinne mehr als auffressen oder kompensieren. Und das ist der Hauptgrund, warum die verlieren. Nicht die Einstiege sind das Problem, die Ausstiege sind das Problem und die Verlust, ja, das Verlustrisikomanagement entsprechen. Dann haben wir eine wesentlich bessere und feinere Abstimmung, was die Größen angeht. Also das heißt, wenn wir zum Beispiel mit 0,10 Lot beginnen, dann können wir dann sagen, wir verdoppeln nicht unbedingt. Wir machen 0,12, wir machen 0,14, 0,15 und so weiter und so fort. Also wir müssen nicht jedes Mal verdoppeln. Wir können eben feinere Abstufungen wählen. Und wie gesagt, wir können schon mit 1000 Euro, also mit 0,01 Lot sozusagen beginnen. Es gibt sogar Minikonten, da kann man sogar mit 10 Dollar quasi schon beginnen. Also man kann wirklich sehr, sehr klein eben entsprechend beginnen. Und man braucht kein Smoking. Und was es eben auch im Casino gibt, was es eben an der Forex so gut wie nicht gibt, ist das sogenannte House Limit. Das heißt, irgendwann ist dann Schluss, dann sagt das Casino, nee, Maximaleinsatz und dann ist Schluss. Das House Limit sozusagen beim Forex Broker, bei IC Markets, dem Broker, den ich halt immer empfehle, da ist das Limit bei 200 Lot und das sind dann 20 Millionen, ein Äquivalent von 20 Millionen. Mich würde mal interessieren, ob du dir vorstellen kannst, wenn man jedes Mal verdoppelt und mit 0,01 Lot beginnt, wie viele Trades man machen kann, bis man bei 20 Millionen ist. Ja, also die Auflösung kommt später oder eben unten in den Kommentaren, beziehungsweise in der Infobox. Also wie gesagt, hau das mal in die Kommentare, ob du das richtig gehabt hättest. So, dann als nächstes haben wir einen durch den automatisierten Handel, was ich mir ja verschrieben habe hier auf diesem Kanal, und zwar das automatisierte Handeln, ja, Handeln mit Robotern. Das heißt, wir können an fünf Tagen die Woche 24 Stunden jemanden handeln lassen und wir haben einen super Backtest. Durch dieses automatisierte Handeln können wir wirklich wunderbar schauen, wie wäre es gelaufen und können dementsprechend unser Risiko anpassen. Und das ist genau der Punkt, das Risiko muss stimmen. Und des Weiteren entscheiden wir, wann wir erhöhen, ja, beim Casino ist es einfach so, das Spiel ist vorbei und dann müssen wir erhöhen, weil das Spiel vorbei ist. Und hier können wir sagen, okay, ich erhöhe quasi erst nach 10 Pips, nach 100 Pips, nach 1000 Pips. Ja, also wann wir erhöhen, das entscheiden wir. Das sind eben alles Vorteile, die wir hier eben an der Forex entsprechend haben. So, dann mein nächstes Video, um das mal schon mal kurz zu triggern, Trading ohne Eigenkapital. Und zwar habe ich eine Geschichte für dich, die auch tatsächlich passiert ist, wo ich auch aktuell noch live dabei bin, wo jemand mit 1,80 Euro gestartet hat und bereits nach wenigen Tagen 4.240 Euro verdient. Verdient heißt, er tradet das quasi für seine Kunden, Klienten und ich zeige dir einen Weg auf, wie du das auch machen kannst. Also wie du quasi Gebühren bekommst ohne Prop Trading wohlgemerkt. Ja, die ersten haben wir vielleicht gesagt, ja, Prop Trading kenne ich schon. Nein, es hat nichts mit Prop Trading zu tun und wie er quasi nach wenigen Tagen schon mehr als 4.000 Euro verdient hat und das, wo er mit 1,80 Euro begonnen hat. Und das kann jeder machen, das kostet halt nicht viel und wie gesagt, man kann da eben wirklich mit minimalem Kapital schon entsprechend starten. Gut, dann gehen wir jetzt weiter in Action. Schauen wir uns an, um was für ein Roboter es sich handelt, was ich mitgebracht habe. Und zwar ist das hier die sogenannte Spinne. Das heißt, das Wichtigste bei so einem Martingale-Roboter ist einmal natürlich der maximale Rückgang. Und wie gesagt, vier Jahre lang handelt dieser Roboter bereits und hat einen maximalen Rückgang in dieser Zeit von 22,7 Prozent gehabt. Das sind wirklich fantastische Werte, das kann man nicht anders sagen. Hier rechts siehst du dann quasi die einzelnen Monate. Die ausgegrauten Punkte, da hat MQL5 sich dann entschieden und hat gesagt, nee, der Handelsstil hat sich geändert. Das nehmen wir nicht mit rein, ansonsten wäre er bei weit über 3.000 Prozent oder 4.000 Prozent. Ich weiß es nicht, zumindest ist das auf der Seite der Verkäuferin so zu sehen, dass sie da weit über 3.000 Prozent dann hätte. Wahrscheinlich ist das auch schon veraltet. Vermutlich war das Risiko am Anfang etwas höher und dadurch, dass sie das Risiko rausgenommen hat, wird sich wahrscheinlich der Handelsstil geändert haben. Und dementsprechend hat MQL5 jetzt entschieden, nein, wir nehmen das jetzt raus und fangen die Zählung quasi neu an. Hier siehst du nochmal den Rückgang quasi in den letzten Jahren und der ist relativ gering. Also in den letzten 12, 13 Monaten war der Drawdown nie mehr als 12 Prozent oder gerade mal so dran. Und das ist eben wirklich ein sehr, sehr guter Wert und sollte man eben beim Martingale-System wirklich, ja, sollte man eigentlich haben. Das ist so das Ziel des Ganzen. Dann kommen wir zur Verkäuferin oder zur Programmiererin. Ich weiß es nicht, ob sie den in Auftrag gegeben hat oder ob sie den selber geschrieben hat. Das ist Valeria Mischenko. Viele, die Anaphorex aktiv sind, kennen sie vielleicht. Sie hat drei weitere Roboter. Zwei davon habe ich auch im Einsatz. Da komme ich auch gleich noch dazu. Und die ist wirklich eine der Top-Verkäuferinnen, glaube ich, da, weil wirklich das eine lange Historie hat. Und wirklich, sie macht sehr viel mit Martingale-Systemen, aber alle, die sie bisher hatte, die liefen eigentlich auch wirklich gut. Das kann man nicht anders sagen. So, ja, der Roboter, ta-da-da, heißt Wacka Wacka. Also vielleicht hat der eine oder andere sich das jetzt schon gedacht oder kennt ihn vielleicht bereits. Also 1650 Euro kostet der. Wie gesagt, ich habe noch eine Alternative gefunden, womit man das Ganze etwas günstiger handeln kann. Und sie hat auch noch einen weiteren. Wenn ich dazu mal ein Video machen soll, dann schreib mir das bitte unten in die Kommentare. Und zwar Golden Pickaxe Balanced, der handelt hauptsächlich Gold. Und würde mich einfach mal interessieren, wie gesagt, wenn du Interesse daran hast, schreib mir das mal in die Kommentare. Auch hier wieder ans Gewinnspiel denken. Also wie gesagt, hau das mal in die Kommentare, ob ich dazu auch mal ein Video machen soll. Dann würde ich die mal ins Echtgeld packen. Noch habe ich ihn nicht laufen, auch nicht im Testkonto, aber ich würde ihn dann wahrscheinlich mal entsprechend reinnehmen. So, kommen wir gleich zum nächsten. Und zwar zu meinem Signal. Ich habe selber ein Signal gestaltet mit diesem Roboter und den zwei anderen. Das ist der Evening Sculper und der Night Hunter. Und die laufen jetzt seit sechs Wochen und wie du siehst mit einem fantastischen Ergebnis. Das meiste davon hat tatsächlich dann auch der Wacka Wacka reingespielt. Also die anderen beiden, die arbeiten nur nachts und spätabends. Und da kam bis jetzt noch nicht so viel rum. Aber der Wacka Wacka, der schlägt sich wirklich sehr wacker. Das kann man nicht anders sagen. Hier ist der Drawdown etwas höher, weil ich habe die Hochrisikoeinstellung gewählt. Ich habe das Konto nur mit 100 Euro gestartet. Das ist auch ein Live-Konto wohlgemerkt. Und dementsprechend sind die Prozente natürlich auch, die Gewinne sehr, sehr hoch. Wenn mal ein echter Drawdown kommt, würde das natürlich anders aussehen und das Konto vielleicht sogar kaputt gehen. Das muss man ganz klar sagen. Das ist jetzt wirklich die Risikovariante und ich lasse den jetzt einfach so laufen und denke mir einfach, das wird schon gut gehen. Und wenn er bei 200 ist, wird er immer noch die gleichen Losgrößen handeln. Das heißt, der Drawdown wird sich dann automatisch dadurch verringern, dass das Konto einfach vielleicht dann doppelt so groß ist beispielsweise. So, ich habe etwas ganz, ganz Neues, ein neues Produkt, ein neues Signal. Viele kennen ja vielleicht den MyLoki und ich habe ein neues Signal aufgelegt, weil ich auch oft gefragt wurde, Mensch Mike, ja, ich möchte größere Summen anlegen und der MyLoki ist doch recht spekulativ. Der ist natürlich super lukrativ, wenn er reinhaut, aber eben ansonsten auch ziemlich langweilig. Und ich habe jetzt ein Signal aufgelegt, was einige Vorteile hat. Erstens, es handelt wesentlich mehr. Ja, also es ist wirklich richtig aktiv, das Signal. Und hier konzentriere ich mich hauptsächlich auf den Drawdown. Also ich möchte den Drawdown möglichst gering halten. Das heißt, ich handele sehr kleine Losgrößen, dafür aber recht viel. Ja, immer mit Stop-Loss versehen und so weiter und so fort. Also wirklich, ich versuche hier eher von der Risikoseite ranzugehen und versuche das ja so gering wie möglich zu halten. Aktuell, ich habe den am Freitag gestartet. Heute ist Dienstag. Wir sind bei 13, bei 15 Prozent inzwischen schon. Ja, also das habe ich so nicht erwartet, war auch nicht mein Ziel, aber ich habe sehr viele Roboter da drin und sehr viele Signale. Das heißt, da kommt wirklich viel Input und dafür aber jedes, jeder Roboter, jedes Signal handelt dafür sehr, sehr wenig. Ja, also kleine Losgrößen. Und mein Ziel ist es halt wirklich, ja, irgendwie vielleicht bei 10 Prozent im Monat zu landen. Aber wichtig ist für mich, dass der Drawdown niedrig ist. Also wer viel Geld anlegen möchte, der kann sich diesen gerne mal anschauen. Den habe ich noch nicht aktiviert. Also auf der Webseite findest du ihn noch nicht. Vielleicht, jetzt wenn das Video draußen ist, vielleicht ist er dann schon auf der Webseite, aber ich packe dir den Link schon mal unten rein. Dann kannst du dir ihn anschauen und ja, eventuell schon abonnieren. Bei diesem ist es eben, gelten folgende Konditionen. Und zwar gibt es hier nur eine Performance-Fee von 10 Prozent. Es gibt hier keine Management-Gebühr, jährliche Management-Gebühr. Es gibt dafür aber eine Volumen-Gebühr, ja. Das heißt, bei einem Äquivalent von 1000 gehandelten Einheiten ist das ein Cent, die oben als Volumen-Gebühr raufkommt. Also alles wirklich sehr, sehr moderat. Und was hier eben auch ist, es braucht hier keinen Einladungs-Link. Also jeder, der den Link hat zu dieser Strategie, kann sich daran beteiligen. Ab 500 Euro allerdings, ja. Also das ist so der einzige Pferdefuß, sage ich mal. Aber ab 500 Euro und wer eben, ja, etwas mehr investieren möchte, kann sich das Ganze anschauen. Mehrere Tage, mehrere Wochen und dann überlegen, ob er bereit ist, da vielleicht was reinzugeben, um vielleicht einfach, ja, aus seinem Kapital gewisse Erträge zu ziehen, sagen wir es mal so. Also hier geht es nicht darum, irgendwie verdoppeln in drei Monaten, sondern hier geht es darum, konstant Erträge zu erzielen mit geringem Drawdown. Das ist das Hauptziel dieses Ganzen. Kommen wir jetzt zu den Alternativen, die man hat. Also ich habe per Zufall, muss man ganz klar sagen, festgestellt, weil ich nämlich diesen anderen Roboter zufälligerweise auch in einem Echtgeldkonto laufen habe und plötzlich festgestellt, ja, Moment mal, der öffnet ja die gleichen Positionen. Also im Endeffekt eine gleiche Geschichte wie bei dem MyLoki. Und ja, wie gesagt, dieser Roboter heißt Undefeated Triangle, also unbesiegtes Dreieck sozusagen, und hat 6572 Prozent erzielt. Und jetzt ist die Frage, in welchem Zeitraum? Der Zeitraum ist März diesen Jahres gewesen. Also es sind keine zehn Monate und wie du siehst, ja, sind das wirklich fantastische Renditen, ja, also die er erzielt hat. Wobei ich sagen muss, auch bei einem höheren Drawdown. Also der Drawdown ist etwa maximal doppelt so hoch gewesen wie beim Wacker Wacker. Das ist ganz wichtig zu wissen, dass der natürlich dann auch einen heißen Reifen fährt. Den Link findest du auch auf meiner Webseite. Da habe ich generell nochmal alles zum Thema dieses Videos gepackt, also alle möglichen Links und die Set-Dateien übrigens auch für den Undefeated Triangle und für den Wacker Wacker findest du eben auf meiner Webseite. Link ist eben unten in der Beschreibung dazu. Gut, jetzt zeige ich dir mal eben, was der Wacker Wacker Beispiel heute gehandelt hat. Ja, ganz aktuelles Beispiel. Das war, was der Wacker Wacker gehandelt hat. Und hier sind wir, was der, das Triangle, das Undefeated Triangle gehandelt hat. Und du siehst hier 7.15 Uhr, 6.45 Uhr, 2.15 Uhr fast bis auf die Sekunde. Also bei den unteren Beinen sogar auf die Sekunde ist genau der gleiche Einstieg. Und die Ausstiege sind hier auch bis auf die Sekunde gleich. Hier noch ein paar Sekunden Unterschied. Und hier gibt es dann auch noch ein paar Unterschiede. Aber vom Prinzip her handelt er genau die gleichen Währungspaare. Ja, also es sind die drei Währungspaare, die beide handeln. Und wie gesagt, die Einstiege sind halt wirklich absolut identisch. Es kann Unterschiede geben aus dem einfachen Grund, der Undefeated Triangle läuft auf einem Standardkonto. Das heißt, da fällt keine Gebühr an. Dafür sind die Spreads etwas größer. Und der Wacker Wacker handelt in einem Raw Spread Account. Das heißt, da bezahlt man Gebühren, aber hat bessere Spreads. Und das empfehle ich auch immer. Ja, aus dem einfachen Grund, weil der Roboter natürlich gewisse Stop Loss und Take Profits setzt. Und die werden natürlich besser erreicht bei einem Raw Spread Account, muss man ganz klar sagen. Weil da wirklich es nur einfach um den Spread sozusagen geht. Genau. Und jetzt kommen wir zum Undefeated Triangle. Was kostet der? Der kostet aktuell 399 US-Dollar. Statt wohl sonst 799. Das kann ich nicht bestätigen, weil ich weiß nicht, wie das so ist. Und angeblich der nächste Preis soll 899 Dollar sein. So, jetzt kannst du diesen Undefeated Triangle für 100 Euro günstiger bekommen. Oder auch den Wacker Wacker. Und zwar bei dem Gewinnspiel. Einfach unter allen Kommentaren, die bis zum 23.12. um 23.59 Uhr und 59 Uhr kommentiert haben, verlose ich eben als Hauptgewinn 100 Euro. Ja, die Auslosung findet bei mir im Telegram-Chat statt. Link findest du auch unten. Und dann werde ich ein Video davon machen, wie die Auslosung war, wer gewonnen hat. Und ja, mich dann einfach kontaktieren. Derjenige, der gewonnen hat, bekommt 100 Euro. Kann davon machen, was er möchte. Aber er könnte beispielsweise diesen Undefeated Triangle dann günstiger kaufen. Das so als kleines Weihnachtsgeschenk von meiner Seite. Genau. Hier sehen wir nochmal auf meiner Webseite. Habe ich, wie gesagt, den Artikel entsprechend verlinkt. Habe das nochmal eben alles aufgelinkt. Und hier findest du eben auch die Set-Dateien für den Wacka-Wacka und für den Undefeated Triangle. Und natürlich der Risikohinweis darf nicht fehlen. Das alles hier ist keine Anlageberatung. Und du musst deine Fehler selber machen. Du musst deine Gewinne selber machen. Und du kannst sie natürlich auch entsprechend behalten. Jetzt nochmal einen kurzen Hinweis auf das nächste Video. Und zwar eben Trading ohne Eigenkapital. Und dazu lade ich dich natürlich herzlich ein, erstmal den Kanal hier zu abonnieren und ein Like dazulassen. Das Kommentieren nicht vergessen. Und dann freue ich mich darauf, wenn wir uns vielleicht nächste Woche schon wiedersehen. Oder vielleicht sogar im Kanal vorher. Und vielleicht bist du ja sogar einer der Gewinner. Also ich wünsche allen Leuten frohe Weihnachten, frohes Fest und viel Erfolg bei der Verlosung. Vielen Dank.